Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zum nächsten kleinen Poliertipp und eine Frage, die auch immer wieder kam, die hier mit diesem Thema zu tun hat. Und zwar Politur. Ganz einfach. Wann merke ich denn, wann ich neue Politur nachlegen muss auf dem Polierpad? Oder woran merke ich, dass ich es vielleicht nicht machen muss, weil noch genug im Pad drin ist? Gibt es da vielleicht eine einfache Methode? Ich glaube, ja. Ich zeige euch mal meine Variante, wie ich das herausfinde. Und das ist eigentlich so simpel und so einfach zu machen. Das gucken wir uns mal an. Viel Spaß. Und das ganze Thema schauen wir uns mal kurz und kompakt hier auf der Haube an. Ihr seht, vom letzten Videothema mit Akkuschrauber polieren, habe ich noch so ein paar kleine Rückstände. Ne, wir haben die übelste Hologramme drauf. Also richtige starke Schleifspuren. Und das Ganze wird auch mit der Lampe nochmal richtig stark sichtbar werden. Also ihr seht hier, sind auch richtige Mikrokratzer drauf. Riesengroße Swirls und auch sehr, sehr starke Schleifspuren. Also richtig kreisrunde Kratzer drauf. Wirklich extrem. Und das wollte ich jetzt und so noch mit weg machen. Deswegen schnappen wir uns jetzt hier eine richtige Kraftmaschine und zwar die DA15 von Chemical Works Finish Pad drauf. Und da können wir das Thema mit der Politur gleich noch mit abarbeiten. Und ich habe dann wieder im Anschluss eine schöne leuchtend blaue Oberfläche. Wir haben jetzt ein frisches Polierpad und mein Tipp, können wir gleich das Thema Politur auftragen und verteilen gleich mit noch behandeln. Mein Tipp, ihr drückt jetzt nur ganz, ganz leicht, vorher natürlich schütteln, logisch, ganz, ganz leicht auf den Politurflaschenkörper und malt euch hier einfach so eine kleine Schneckenspiralform drauf. Es ist ultra wenig Politur, also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Es sieht von oben immer viel aus. Dann einmal hier schließen, einmal aufs Polierpad drauf und dann könnt ihr das gerne auch mit dem Kopf noch so ein bisschen verteilen. Und deswegen schließe ich vorher den Kopf gern, damit ihr euch nicht beim Verteilen noch mehr Politur rausdrückt. Und dann könnt ihr das ruhig hier schon auf dieser Linie ein bisschen im Pad einarbeiten. Und wir schauen uns gleich auch mal an, wie sich das verteilt. Der Vorteil jetzt, ihr habt schon ausreichend Politur auf der Oberfläche verteilt, damit es gleich richtig direkt losarbeiten kann und sich nicht erst hier mit drei Punkten komplett verarbeiten muss und im Pad verteilen muss. Ihr habt gleich eine schöne Verteilung und ihr habt auch gleich den Kopf wieder sauber und habt jetzt hier gar nichts an den Händen gehabt und auch überhaupt keinen Kontakt mit der Politur. Mit der 0406 geht das halt einfach super gut. Das wäre jetzt so die erste Menge. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Oberfläche und ich mache mal die Striemen weg mit der DR-15. Kurz mit Stufe 2 verteilen, das ist so meine Lieblingsstufe für den Verteilprozess. Und ihr seht auch hier, das geht alles super schnell. Auf Stufe 1 ist die halt noch nicht so schön am Drehen, dass man die richtig schön gleiten lassen kann. Deswegen mache ich auf Stufe 2, da läuft die einfach schon super smooth und man kann die schön über die Oberfläche führen. Und jetzt gehen wir einfach hier auf Stufe 6 oder 5, könnt ihr euch raussuchen. Und dann mit normalem Druck schön gleichmäßig die Bahn abfahren und dann haben wir eigentlich schon unser Ergebnis. Und dann geht es mir. Vielen Dank. Alles in Originalgeschwindigkeit. Schauen wir mal das Pad an. Fast vollständige Verteilung. Ich denke mal so 90-95%. Man kann auch ganz leichte kleine Bahnen erkennen, aber ansonsten ist es super schnell verteilt. Jetzt poliere ich das mal kurz aus, schauen wir uns das Ergebnis an und dann sprechen wir genau über das Thema Politur nachlegen. Also DA15 als Hauptmaschine 125, Leute, ist einfach für mich Nummer 1. Und das sieht man hier an dem Ergebnis. Das ist der Grund. Du hast in kurzer Zeit durch die ganze Kraft, die hier draufkommt und du brauchst nicht irgendwie stark drücken. Du hast so eine geile Polierleistung. Du hast ein super klares Bild. Schaut mal, das ist absolut spitze. Ich hole mal die Lampe noch mit dran. Ich habe ja jetzt überhaupt nicht hier 5, 6 Kreuzbahnen gemacht. Wir haben jetzt hier das Finish und das ist einfach absolut top. Super gut. Also DA15, Leute, als Haupt 125er große Maschine. Ideal. So und jetzt die Frage. Wir nehmen jetzt an, wir wollen jetzt hier nochmal drüber polieren, weil vielleicht im Cut-Bereich nicht alle Kratzer rausgegangen sind. Wie können wir jetzt rausfinden? Hier nochmal Politur nachlegen. Ganz einfach. Vor allem bei den Sonax-Polituren, die, ihr seht es hier von der Staubbildung 0,0. Nehmt jetzt einfach eure Poliermaschine und drückt einfach nochmal kurz, legt die einfach hier auf die Haube, auf eure Oberfläche und drückt die einfach nochmal kurz an. Macht einfach mal so 4, 5 Stempel und dann seht ihr hier, wie viel Politur hier noch rauskommt. Also es ist sehr, sehr viel Rest-Politur, die auch noch schön nass ist, nicht irgendwie am Stauben. Wenn das so ausschaut, könnt ihr den Bereich locker nochmal bearbeiten. Das heißt, ihr müsst jetzt hier noch gar keine frische Politur nachlegen. Ihr könnt nochmal kurz verteilen. Schaut mal, wie viel Politur ihr noch verfügbar habt. Und das will ich euch einfach zeigen, ihr müsst jetzt nicht schon wieder neue Politur drauf machen, weil ihr habt noch viel gute, gesunde, frische Politur im Pad drin. Entweder die Politur im Pad muss wirklich nachgelegt werden, weil nichts mehr aus dem Pad rauskommt. Oder ihr habt einfach immer wieder Reserve und jetzt könnt man einfach hier direkt nochmal drüber gehen, weil wir jetzt so viel Politur noch mit drin haben. Also brauchen wir in dem Fall noch gar nichts nachlegen. Also brauchen wir in수�raniaen. So, das war jetzt eher so ein Lackreinigungsschritt. Jetzt sehen wir als nächstes, und deswegen mache ich dieses Video auch für euch so ausführlich, seht ihr das, dass die Politur sich mit der Zeit immer weiter nach innen zieht. Bedeutet, hier ihr seht, der weiße Bereich oder der aufgehellte Bereich wird zur Mitte hin immer größer und hier draußen wird es schon ein bisschen blasser. Bedeutet, durch die exzentrische Bewegung entsteht ja hier dieser Strudel, was ich euch ja auch schon ganz oft in den Videos erklärt habe. Das heißt, Politur wandert mit der Zeit nach innen. Das heißt, hier der Bereich wird der erste Bereich sein, wo Politur dann später auch irgendwann mal, die vielleicht nicht, aber andere Marken, dass hier das Ganze dann irgendwann mal zugrustet, dass die kleinen Poren nicht mehr zu sehen sind und dass ihr das noch sauber machen müsst. Aber hier in dem Zustand, ihr könnt das Pad jetzt noch locker weiter benutzen, überhaupt gar kein Problem. Wir polieren jetzt nochmal aus. Ich nehme einfach nochmal ein anderes Tuch, was jetzt gleich hier daneben liegt. Und jetzt gucken wir uns gleich mal an, wie viel Politur ist denn jetzt noch im Pad? So, mal gucken wir uns das mal an, wie viel Politur kommt denn hier noch raus? Ich gehe mal hier auf diese Stelle. Und auch hier, schaut mal, für so einen kleinen Bereich, da sieht man schon, es wird schon deutlich, deutlich weniger. Das heißt, die verfügbare Politurmenge baut jetzt immer weiter ab. Und da könnte man jetzt zum Beispiel mal sagen, okay, wir legen mal etwas nach. Und bei so einem Zustand einfach hier Flasche nochmal nehmen. Und jetzt würde ich hier einfach nur Stützteller festhalten, Kopf öffnen und jetzt einfach nochmal so einen Ring machen. Mehr nicht. Dann wieder verteilen. Sieht man jetzt auch nochmal schön den Unterschied, wie jetzt frische, neue Politurmenge für euch zur Verfügung steht. Und dann können wir wieder ganz normal arbeiten. Ich werde jetzt noch einmal hier normal drüber polieren und dann schauen wir uns mal an, wie sich jetzt hier der Politurring, die neue Politur, die wir drauf gemacht haben, wie sich das jetzt im Pad verteilt. Ich gehe nochmal drüber. So, und da sehen wir schon hier, das Ganze wandert immer mehr in die Mitte rein. Man sieht auch schön da, auch so geil zu sehen. Wir sehen ja hier diesen Ring, diesen etwas roten, dunkel eingefärbten Ring. Jetzt sagt ihr euch, hä, aber da haben wir doch gerade frisch Politur aufgemacht. Und das ist super eindrucksvoll zu sehen. Auf diesem Ring haben wir frische Politur aufgemacht. Das heißt, die Reste hier im Pad, die schon vorher drin waren, weil es war ja am Anfang gleichmäßig, wurden wieder mit angelöst und haben sich weiter im Pad verteilt, sind weiter Richtung Mitte gezogen und auch hier in die Pad-Tiefe. Man sieht es hier an der Seite, seht ihr das? Dass das nicht nur in die Mitte wandert, sondern auch hier sich in die Pad-Struktur einarbeitet. Und damit sammelt sich halt in der Mitte des Pads die Politur im Schaumstoff. Seht ihr das hier, wie das hier so ein bisschen reingewandert ist? Ungefähr so vier Millimeter. Und dann kommt wieder das schöne, dunkelrote Pad zum Vorschein. Also die Politur hat hier die alten Reste mit angelöst auf diesem Punkt und mit nach innen mitgenommen. Und deswegen haben wir diesen Ring. Also sehr, sehr cool. Und auch jetzt wieder, angenommen, ihr hättet jetzt hier auspoliert und wollt weiterarbeiten, können wir jetzt hier einfach wieder, hier oben habt ihr wieder das Licht. Schaut mal, wie viel Politur hier noch in diesem System steckt, die auch noch voll einsatzfähig ist. Und deswegen legt Politur nur nach, wenn ihr diese Restpolitur nicht mehr zur Verfügung habt. Weil das kommt nämlich auch nicht mehr raus. Wenn diese Politur eingetrocknet ist, habt ihr das dann als Staubfilm drauf. Dann, wie gesagt, holt euch eine andere Politur. Aber solange ihr euch die Politur hier so rausdrücken könnt aus diesem Pad, und die ist auch noch schön nass, funktioniert das wirklich gut. Also probiert es einfach mal aus, so ein Tipp von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in den Kommentar rein oder über WhatsApp. Und dann kann ich für euch das nächste Quick-Tipp-Video drehen. Der 15-Finish. Zwei Minuten fertig. Out rein. Ciao, Leute.